In diesem Video soll es darum gehen, wie ihr mit möglichst einfachen Mitteln vom Sound eines Synthesizers hin zu einem fertigen Multi-Sample kommt. Und dazu benutzen wir unter anderem drei Tools von meiner Homepage, die ihr dort kostenlos herunterladen könnt. Als Basis für so ein Experiment nehmen wir mal einen Sound, den ich hier mit Waldorf's Lago gebaut habe. Hören wir uns den erstmal an. Wie fangen wir das Ganze nun an? Als erstes erzeuge ich eine Midi-Spur. In dieser Midi-Spur hinterlege ich alle die Noten, die ich nachher absampeln möchte. Das heißt, ich entscheide mich auch hier jetzt schon für den Tonumfang, den wir nachher im Grunde als spielfertiges Instrument haben möchten. Die tiefste Note ist da wichtig, das ist zum Beispiel in diesem Fall C2. C2, das ist Midi-Note 48. Die zeichne ich jetzt einfach mal ein. Und jetzt geht es darum, in welchem Abstand möchte ich die weiteren Noten samplen. Man kann sich halt dafür entscheiden, jede Note zu samplen, jede zweite, dritte, vierte. Ich entscheide mich jetzt für dieses Beispiel einfach mal jede vierte Note zu samplen, also vier Halbtonne drüber, werden wir auch aufnehmen. Und die kommende Oktave, also die Folgeoktave, nehmen wir natürlich auch noch mit. So, unsere Noten haben wir jetzt drin. Dieser Sound hat eine relativ lange Release-Zeit, also der Ton klingt noch nach dem Ende der Note ein bisschen nach. Das werde ich für unsere Aufnahme jetzt einfach reduzieren, damit die Noten nicht ineinanderlappen. Okay. Wäre das jetzt ein Hardware-Synthesizer, dann würde ich diese Midi-Spur jetzt einfach ausspielen und das Ergebnis wieder aufnehmen. Da es ein Software-Klangerzeuger ist, können wir das Ergebnis einfach rendern und mit der Datei weiterarbeiten. Als Ausgangsformat wähle ich hier das WAV-Format, weil das ist das Format, in dem wir die Dateien gleich weiter bearbeiten. Bei der Namensgebung kann man natürlich vorne einen Sound-Namen vergeben. Ich sage jetzt mal, unser Sound soll Lago-Sound heißen und dahinter schreibe ich jetzt quasi mit einem Unterstrich getrennt die tiefste Notennummer, die in diesem Multi-Sample-Aufnahme drin ist. Das ist die 48, ein C2 und wir haben einen Abstand von 4 Halbtönen gesampelt und auch diese Zahl schreibe ich jetzt einfach mal mit dem Unterstrich getrennt da auch noch hinter. Also Sound-Name, Unterstrich, tiefste Note, Unterstrich und der Abstand der folgenden Noten. Ja, lassen wir uns das Ganze mal ausgeben. Auf unserem Desktop liegt jetzt die passende Datei und bevor wir irgendetwas damit machen, erzeuge ich einen Ordner, mit dem wir nachher weiterarbeiten. Da kopiere ich die Datei erstmal rein. So, hier haben wir jetzt unseren Ordner. Jetzt müssen wir die Datei wieder in ihre Einzelabschnitte im Grunde unterteilen und zwar möglichst auch sauber, so dass, wenn ich nachher das Sample abspiele, wirklich auch die Note erklingt, wenn ich die Taste drücke. Dazu gibt es ein Programm, das nennt sich Session2Wav und das könnt ihr kostenlos von meiner Website herunterladen. Was macht das Programm? Ich ziehe jetzt einfach die Datei mal in das Programmfenster und ihr seht, diese Software hat die Datei analysiert und ich habe jetzt nichts weiter eingestellt, ich habe einfach nur die Datei da reingezogen und sie unterteilt die im Grunde wieder sauber in ihre Einzelabschnitte. Die kann man auch vorhören. Ich kann jetzt zum Beispiel auf so einen Abschnitt draufklicken. Hier unten gibt es auch so ein Fenster, wo ich den Start gut kontrollieren kann. Da kann man auch noch ein bisschen reinzoomen, aber das sieht hier alles ganz okay aus, wie das Ganze ist. Wir setzen vorne noch ein kurzes Fade-In und klicken dann auf Write Regions. Und dann seht ihr, hier in unserem Ordner sind hier zusätzlich zu der Datei, wo alle Aufnahmen drin waren, die ganzen Einzeldateien wieder entstanden. Diese Aufnahmedatei, wo alle Aufnahmen drin sind, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Wir arbeiten jetzt mit den Einzeldateien weiter. Als nächstes müssen wir diese Dateien loopen und eine Loop-Software findet ihr auch auf meiner Homepage. Das ist die Software EndlessWav. Ihr könnt direkt von dem Programm Session 2Wav die Dateien übergeben an EndlessWav, wenn ihr das beides installiert habt. Das heißt, ich klicke jetzt hier unten zum Beispiel einfach auf diesen Knopf und dann beendet sich dieses Programm und es öffnet sich gleich das nächste. Die Frage ist jetzt auch, möchtest du die Original-Datei, diese lange Aufnahme, wo alle Dateien drin sind, in den Papierkorb verschieben? Ich sage, jawohl, das möchte ich gern. Und jetzt seht ihr startet EndlessWav und hier öffne ich mal einfach die erste Datei. Wozu dient das Programm? Das Programm ist dafür da, dass ihr Loop-Punkte in den Dateien setzt. Das heißt, damit ich eine Note auch etwas länger spielen kann, vielleicht als das, was ich in der Aufnahme drin hatte, muss ich einen Wiederholungspunkt definieren. Ein Bereich, den die Software im Grunde beliebig lang wiederholen kann. Und ja, dieses Programm funktioniert so. Es gibt hier oben zwei kleine blaue Anfasser. Die könnt ihr einfach in den Bereich schieben. Das ist so euer geratener Start- und Endepunkt, wo ihr denkt, da ungefähr könnte das liegen. Das wäre vielleicht ein guter Bereich, wo man Dinge wiederholen könnte. Wie ihr hier in der Vorschau seht, ist der Übergang hier auf jeden Fall nicht so richtig gut. Wir hören uns den mal an, wie der überhaupt klingt. Das knackst ja ganz gut. Es gibt hier unten ein Programm Hilfsfunktion, die nennt sich Adjust Start und End. Und zwar ist das eine automatische Funktion, die diesen Loop-Punkt, den ihr jetzt so ungefähr geraten habt, optimiert. Und ich klicke die mal an. Und dann sucht die Software nach einem besseren Durchgang. Und ja, ihr könnt euch den einfach anhören. Das anhören übrigens geht mit Leertaste. Ich drücke also jetzt wieder Leertaste. Das ist ja schon fast gut. Und damit auch das letzte bisschen im Übergang wirklich harmonisch erklingt, könnt ihr noch ein Crossfade setzen. Ein Crossfade, das ist eine Funktion, die blendet einen Teil des Signals von vor dem Startpunkt in diesen Endbereich mit hinein. Hören wir uns das Ganze mal im Zusammenhang an, also von Beginn an. Und dazu könnt ihr Shift und Leertaste drücken, dann erklingt der Sound von Beginn. Ja, das ist doch super. Jetzt klicken wir hier oben Speichern und wechseln auf die nächste Datei. Und diesen Vorgang macht man natürlich jetzt die ganze Zeit immer wieder. Deswegen gibt es zwei Tastaturbefehle, die euch hier helfen können. Und zwar, wenn ihr die Tasten Shift und CMD auf der Tastatur gedrückt haltet und einfach in dem Bereich klickt und den Bereich markiert, wo ihr euch einen Looppunkt vorstellen könnt, dann sucht die Software, wenn ihr die Maustaste loslasst, danach automatisch in diesem passenden Bereich. Das heißt, diese Funktionen werden alle nacheinander ausgeführt. Also das Anfasser verschieben, Startpunkt, Endpunkt setzen. Und wenn ihr CMD und Shift während der Zeit gedrückt haltet, dann weiß die Software, selbst wenn ihr die Maustaste loslasst, alles klar, ich suche danach nach einem passenden Looppunkt. Ja, hören wir uns das Ganze mal an. Ja, das ist doch super. Wir drücken Speichern und wechseln zur nächsten Datei. Manchmal seid ihr vielleicht mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Es gibt hier drei verschiedene Locator-Punkte, die ihr speichern könnt. Das heißt, ich kann hier im Bereich A eine Loop-Version speichern. Ich kann aber im Bereich B mir einfach vielleicht nochmal einen neuen Bereich suchen. Also wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das der beste war, dann mache ich hier einfach nochmal eine neue Suche. Im Bereich A eure Loop-Punkte bleiben erhalten. Dann könnt ihr jederzeit darauf wieder zurückschalten. Aber ihr könnt sozusagen hier einen völlig neuen Versuch wagen. Hören wir uns den mal an. Ey, da klingt A doch irgendwie besser. Aber ihr könnt euch hier sozusagen mehrere Einstellungen im Grunde ablegen und danach gezielt zwischen denen hin und her schalten und schauen, welches ist der beste. Beim Crossfade gibt es hier unten auch verschiedene Crossfade-Kurven. Je nach Sound kann es mal ganz hilfreich sein, eine andere Kurve auszuprobieren. Also vielleicht nicht immer so ein lineares Fade, was wir jetzt genutzt haben, sondern vielleicht eher eine andere Variante. Zum Beispiel ein Sound, der stark an Lautstärke verliert. Der würde zum Beispiel von dieser Variante ganz gut profitieren. Jetzt lupe ich mal die restlichen Dateien auch noch. Fragen des Checkbenchen Das ist keinen Fall. Those sind die Pfle, die sich schon so oft anhậy. Ich sage bei와 principe, die Phleода wiederver attracted sich halt von der Ö Wolfgang. Ham, México für dich aniamamientos. Dassel ist der quadrofacz ist 여러� So, damit sind wir mit unseren Dateien schon fertig. Was noch nicht so schön ist, ist die Benennung der Dateien. Also mit diesen Kürzeln 48.4 dahinter einer Nummer kann man nicht so richtig viel was tun. Das Programm bietet hier unten auch eine Umbenennungsfunktion. Rename und Rootkey, da klicke ich jetzt mal drauf. Es kommt sofort ein Dialog hoch, der sagt, alles klar, das sieht für das Programm auch so aus, als wären das Sample-Dateien. Ist das so richtig? Jawohl, das passt. So, und jetzt seht ihr, hier kommt eine Vorschau, das sind unsere alten Dateinamen. Das war der eingetragene, tiefste Ton, also der eingetragene Ton, der in jedem Sound-File drin ist. Und hier ist jetzt die Umwandlung, wie sollten sie jetzt richtig heißen. Und da seht ihr, da wird die Notennummer im Grunde hinten herangestellt. Das vereinfacht euch nachher das Arbeiten, wenn ihr die Dateien irgendwo in einem Sampler bearbeitet. Es gibt hier auch so Umbenennungsfunktionen, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Lago, das ist mir zu lang. Ich hätte das gerne einfach nur LLG genannt, dann könnt ihr solche Sachen hier auch vorne umbenennen. Und man kann auch entscheiden, wie viel Zeichen kürzt die Software automatisch weg. Hat man vergessen, vorne ein Fade-In zu setzen, das hatten wir eben schon im anderen Programm gemacht, kann man das hier auch nachträglich noch machen. Und mit einem Klick auf OK werden die Dateien alle umbenannt. Jetzt seht ihr hier im Ordner, sind die jetzt auch passend benannt und eigentlich fertig für den Import in einen Sampler. Habt ihr einen Sampler, der mit SFZ-Dateien arbeitet, dann könnt ihr noch ein Programm von mir einsetzen, das nennt sich Beyond Sample Mapper. Das kann ich auch direkt wieder von Endless Waff direkt hier unten aufrufen. Das heißt, ich klicke das einfach mal an. Und dann startet das und macht das. Das importiert im Grunde diese ganzen Dateien mit diesen ganzen Tonhöhen und allem. Und arrangiert die jetzt passend über den Tastaturbereich. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufgehe, dann seht ihr, die ist genau an der richtigen Stelle hingelegt worden, sodass die Dateien den kompletten Tonumfang im Grunde umfassen. Wir können uns so eine SFZ-Datei auch mal angucken. Das ist nämlich eigentlich eine einfache Textdatei und da sind jetzt die ganzen Informationen eingetragen. Die Loop-Punkte und sowas steht in den Dateien selber drin. Das heißt, die werden nicht in diese SFZ-Datei geschrieben. Und wenn ihr das irgendwie brauchen solltet, weil euer Sampler das halt erfordert, dann könnt ihr die natürlich noch nachträglich hier auch einlesen lassen. Das braucht man nicht unbedingt. Die meisten Sampler akzeptieren das auch so. Aber falls ihr so einen habt, der das braucht, dann könnt ihr hier einfach die Loop-Punkte noch nachträglich einlesen lassen. Die Funktion findet ihr im Tools-Menü und hier in dem Bereich ist die. Okay, jetzt haben wir unsere SFZ-Datei im Grunde erzeugt. Die speichern wir jetzt natürlich auch ab. Und legen die in den gleichen Ordner wie unsere Sound-Datei. Und seht ihr, haben wir hier auch passend unsere SFZ-Datei liegen. Wenn ich das Ganze in Logic importieren möchte, zum Beispiel in Logic Sampler oder EXS24, dann brauche ich den Umweg über die SFZ-Datei nicht machen. Ich zeige euch mal, wie das dann funktioniert. Starten wir mal Logic. Ich habe jetzt quasi einen leeren EXS24 geladen. Drücke hier einmal auf Edit. Dadurch, dass der leer war, erzeugt ihr, sobald ich auf Edit drücke, ein leeres, neues Instrument. Und ich kann jetzt einfach auf Zone mehrere Samples laden gehen. Wechsel in den entsprechenden Ordner und importiere die Samples, die ich halt hier einladen möchte. Es kommt jetzt eine Abfrage. Dort wählt ihr bitte automatisch durch Lesen der Basistonert-Rootkey aus der Audiodatei. Und sobald ich das mache, sind die Sounds im Grunde hier alle auch wieder über den Tastaturbereich verteilt. Das sieht man hier unten ganz gut. Und was ich jetzt ein bisschen anpassen kann, ist, wir haben eben die Release-Zeit ja verkürzt. Die kann ich natürlich jetzt wieder ein bisschen länger machen, damit der Sound sich wieder so ein bisschen so anfühlt, wie das, was wir eben als Ausgangsmaterial hatten. Hören wir uns das Ganze gerade mal an, und zwar jetzt als Sample.